So Leute und jetzt kommt was besonderes. Guckt mal wer sich in den DeLorean reingesetzt hat. Beziehungsweise wer da drinne sitzt. Paris! So warte. Okay. Ich hab hier irgendwas gedrückt. Jetzt haben wir hier oben ne Anzeige glaube ich. Okay. Ist das gut? Warte. Okay Daniel, bist du bereit? Ja, ich gebe... Okay, gib ein. Raus aus Desperado, Alter. Piep 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 piep! Okay, wo wir jetzt hingehen? Zukunft oder Vergangenheit? Ja klar. Super sicher. Ich hab mich fest. Aber guck mal hier. Was ist das denn? Ist hier Plutonium? Das ist Plutonium, ja. Ah ja, okay. Kann man die Kräfte eigentlich drücken oder darf man die Kräfte drücken? Das weiß ich leider nicht. Ich bin jetzt raus. Okay. Oh, ich hab's euch ausgemacht. Ich hab's euch ausgemacht. Ah, okay. Hast du euch ausgemacht? Ne, ich hab der Hebel macht alles aus. Also kann man drücken. Ey, nice. Mit Geräuschen. Digger. Wie geil ist das denn? Warte. Mach nochmal. Ja. Das sieht so im Rad. Warte. Ja. Gib mal ein. Ja. Wollt ich mal übernicht? Dieser scheiß Flüchskompensator. Hier ist sogar der Almer nach, oder? Ja, ja. Und die, äh, der Clock Tower. Wie nice ist das denn? Leute. Das wollt ihr hören, Alter. Ja. Ich zeig dir mal den Flüchskompensator hier. Ich glaub wir müssen gleich nochmal den Aufschlag zeigen. Ach, Quatsch, das passt. Warte mal hier. Warte mal hier. Warte mal. Dann geht's da, Alter. Ja. Das ist der Hammer. Ich hab's für euch kaputt gemacht. Das ist schnell raus hier. Leute. Ach, Paul. Dreh durch. Ich sitz. Ich bin da durch. Ich komm hier nicht mehr raus. Das ist einfach. Ich hab festgestellt, dass ich niemals eine DeLorean sein werde. Okay. Aua.